Ich heiße Danny Weidemann, arbeite bei der Firma Bitzer und bin Azubi als Industriemechaniker. Ich bin der Dominik Ehrlich, bin 20 Jahre alt, Auszubildender Industriemechaniker im dritten Lehrjahr. Im ersten Lehrjahr haben wir erstmal die Grundbasics eines Industriemechanikers gelernt, also Pfeilen, Sägen, Bohren. Irgendwann kam man dann mit dem ersten Lehrjahr an die Maschinen. Wir sind ziemlich schnell an die Maschinen gekommen, sagen wir mal so. Also wenn man bisher nur mit so kleinen, konventionellen Maschinen gearbeitet hat, dann sieht man die riesigen CNC gesteuerten Maschinen, das ist dann schon gewaltig. Vor allem das Programmieren gefällt mir, wenn man ein seitenlanges Programm schreibt, das dann einfiegt in die Maschine und die Maschine weiß dann, wie sie wo verfahren soll. Das finde ich schon erstaunlich, das macht mir auch Spaß. Außerhalb der Arbeit schraube ich eigentlich viel. Als ich mein Auto gekauft habe, da war ich noch 17, dann stand es erstmal zwei, drei Monate. Das war dann schon hart, mein Auto da einfach nur stehen zu sehen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis unter uns und uns Azubis. Ja, man ist ja dann zusammen in der Werkstatt, redet zusammen. Der Zusammenhalt ist auf jeden Fall gut und wir helfen uns in der Ausbildung auch untereinander sehr. Man macht abends so außerhalb was beim Pizze-Fußball-Turnier, zusammen mitmachen. Das ist die Ausbildung. Tor! Ja! Bei BITZE werden Industriemechaniker und Mechatroniker ausgebildet. Mein Name ist Marcel Kühnert. Ich bin Auszubildender als Mechatroniker bei der Firma BITZE und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Nach den Anfangszeiten mit den Industriemechanikern zusammen, habe ich dann angefangen mit der Elektroausbildung. Also ich baue Schaltschränke zusammen. Bei uns gibt es jeden morgens eine Runde, wo wir alle im Kreis stehen, wo dann der Ausbilder alle begrüßt. Und bei Klasseleistung kann man sechs Monate verkürzen. So Marcel, bis im Januar sind wir fertig. Fertig. Teamwork ist schon wichtig, denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage habe, weil ich bin ja jetzt nicht jeden Tag an der Maschine, gibt es nicht Besseres, wenn ich einen anderen Azubi kurz fragen kann und der mir das zeigt und ich es dann auch weiß. Ja, ich würde mich auf jeden Fall wieder für eine Ausbildung bei BITZE entscheiden. Ich schätze besonders an BITZE, dass sie sehr großen Wert auf ihre Azubis legen. Dem ist wichtig, dass wir uns gut integrieren in die Firma. Ich finde, wir werden gut auf unsere Zukunft vorbereitet. Uns wird auch die Chance gegeben, fast jede Abteilung in der Firma zu sehen, dass man auch am Ende weiß, in welche Bereiche man am besten reinpasst und was man auch vielleicht in Zukunft machen will. Bei uns gibt es sowas nicht wie Konkurrenzkampf. Wir freuen uns auch für den anderen, wenn wir zusammen sozusagen eine gute Ausbildung machen.